Hallo, Felix Götze hier von Rot-Weiß Essen. Zu den Karten hier wurde ich gezwungen. Ich habe euch heute meine 5 Essentials mitgebracht. Los geht's mit der Nummer 1. In meinem Leben geht nichts ohne Fußball. Dann ist das meine Top 1 auf jeden Fall. Ich denke mal, ich konnte wahrscheinlich noch nicht laufen und habe ihn von meinen beiden Brüdern bekommen. Wahrscheinlich haben die mich flach als Baby ins Tor gelegt und haben einen Torschuss gemacht. Mein zweites Essential ist ein Kaffeebecher. In meinem Leben geht nichts ohne Kaffee. Ich trinke viel zu viel Kaffee, aber ich habe eine Siebträgermaschine zu Hause. Es gibt für mich nichts Schöneres. Der bereitet mir sehr viel Freude. Mein iPad. Wer schaut nicht gerne Netflix-Videos? Anrufe mache ich viel darüber. Ist einfach nice to have. Ich hätte jetzt auch mein Handy nehmen können, aber hier kann ich noch mehr Sachen gucken. Benutze ich fast noch häufiger. Airpods. Musik spielt eine sehr große Rolle in meinem Leben. Am Ende des Jahres gibt es ja immer so eine Auflistung, wie viel Musik man hört. Und die zeigt, dass bei mir Musik eigentlich immer läuft. Zu den Karten hier wurde ich gezwungen. Nein, Spaß. Normale Spielkarten. Wir haben Donnerstag immer bei uns in der Freundesgruppe einen Stammtisch. Da wird Karten gespielt. Heute bin ich leider hier. Mit denen aus der Mannschaft pokern wir. Alle Spiele live nur bei Magenta Sport.